Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute das Thema Gott ist geduldig. Wir lesen folgendes in 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 9, 2. Teil da. Sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann zur Buße findet. Da war ja die Frage, warum dauert das so lang? Die Naherwartung, dass Jesus wiederkommt, die war ja sehr, sehr groß zu jeder Zeit und ist es ja auch immer wieder, gerade wenn es sehr, sehr schwierig wird, wenn es zu Katastrophen kommt, zu Verfolgung und so weiter. Und das ist ja auch gut so, denn wir sollen generell ja bereitet sein. Jede Generation soll vorbereitet sein. Und ja, Jesus kommt wieder. Die Bibel lässt daran kein Zweifel. Aber die Frage war damals genauso wie heute. Ja, wann denn und wie lange dauert das denn? Und so weiter. Hier nun ein Teil der Antwort. Er ist geduldig. Und ich finde das wirklich erstaunlich, wenn wir mal betrachten, wie viel Not, wie viel Schlimmes die Menschen in dieser Welt schon angerichtet haben. Kriege, Ausnutzung, Zerstörung und all die Dinge. Man würde ja sagen, so als Mensch, naja gut, jetzt ist hier mal Schluss und Feierabend. Jetzt muss doch mal aufgeräumt werden. Aber die Bibel zeigt uns, Gott ist geduldig. Nicht, dass er jetzt sagt, naja, mir ist es eigentlich egal und er das, was dann die Bibel Gericht nennt, aufschiebt und sagt, naja, warten wir mal ab, hab grad keine Lust dazu. Nein, sondern die Bibel sagt, aufgrund seiner großen Geduld, weil er, das werden wir uns morgen anschauen, weil er Menschen retten möchte. Wenn man sich damit beschäftigt, wie schlimm und was die Menschen alles so verbrechen in ihrer Schuld und Sünde und in ihrem gefallenen Wesen, dann schreit das wirklich zum Himmel. Aber Gott ist geduldig, weil er voller Gnade und Liebe ist. Und wir sehen das ja auch, wenn wir selbst Kinder großziehen oder wenn uns Menschen anvertraut sind, da kann einem ja schon mal der Hut hochgehen. Wenn man das x-te Mal jemandem was erklärt hat, dann könnte man sagen so, nun ist mal Schluss. Aber wenn man Geduld hat, dann kann man abwarten und sagt, ich glaube daran, dass du lernen wirst, wenn auch sehr langsam, wenn auch sehr herausfordernd. Aber ich glaube daran, dass Dinge sich verändern werden über die Zeit, vielleicht über die Jahre, geduldig sein. Und Geduld ist ja nun nicht unbedingt das, was wir Menschen so richtig dolle verinnerlicht haben. Wir merken das in unserem eigenen Leben, wie schnell uns der Geduldsfaden auch reißt. Wie groß ist dann die Geduld Gottes? Und das Schöne daran ist, dass es ja auch eine persönliche Botschaft hat für jeden Einzelnen von uns, weil es bedeutet, Gott ist auch geduldig mit mir, mit dir, mit uns. Und ich glaube, das haben wir alle nötig in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit, dass Gott geduldig mit uns ist. Wie oft schon haben wir versprochen, wie oft schon haben wir uns vorgenommen, wie oft schon haben wir gebetet und gesagt, Gott jetzt und dies und jenes. Und dann stellten wir fest, wir sind schwach. Es klappt nicht, es geht nicht, wir fallen in alte Muster zurück und so weiter. Wie schön, dass wir wissen dürfen, da ist ein Gott, der geduldig, der treu ist in seiner Barmherzigkeit und Liebe. Das darf uns ermutigen, das darf uns trösten und das darf uns auch in den Zeichen der Zeit immer wieder neu diese Hoffnung und diesen Frieden geben. Gott ist geduldig. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da wird Jesus wiederkommen und darauf dürfen wir uns freuen.